Was ist? Also ich weiß nicht. Langsam bezweifle ich diese ganze Pilgertour. Wir haben doch gerade erst angefahren. Ja, aber trotzdem. Was ist los? Schon erschöpft? Nee, nee, das ist es nicht mal, aber ich stelle mir gerade die Sinnfrage. Der religiöse Aspekt, Begegnung mit Gott und so. Ja, so in etwa. Ich bin gerade in einer Phase, da bezweifle ich, ob Gott diese ganze Pilgerstrecke auch gelaufen wäre. Wie kommst du denn auf sowas? Das ist nur so ein Gedanke. Das ist nur so ein Gedanke.